herzlich willkommen zu einer weiteren folge rush war bei mir greift keiner mehr das ist echt voll doof aber den den angriff ich jetzt sehen ihr seht dann jetzt auch mal tesla im naja die eine hütte kannst du mir das haben aber tesla ist jetzt hier direkt am start da ist dieses tesla ding keine chance er hat aufgegeben ehrlich er hat aufgegeben so ok zwei hütten 82 hütten zwei kisten kiste nummer zwei jetzt bin ich ja jetzt bin ich mal gespannt wie viel fehlt mir hier noch 127 vielleicht also hier einmal den 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 und das war es dann auch schon das war es dann auch schon dann mein kommander ist tot ok mein kommander setze ich nach ganz dahinten dann werde ich hier mit dem angreifen und mit dem panzer angreifen und das mache ich jetzt nicht einfach auf start jetzt wird erstmal geheilt damit haben wir das auch kaputt das werden drei sterne werden mir einstellen ich hasse dieses neue update ich hasse ich brauche noch nicht mal den sneaky ninja so wie es aussieht mein kommander hat auch fast keinen schaden genommen doch krieg hier noch 20 gold mit hinzu weil ich den sneaky ninja nicht gebraucht habe und der commander 96 prozent so jetzt muss ich wieder gucken das war das dass das das war hier die tatsächlich hier meine angriffsgeschichte das zum heilen wieder 33 in 33 sekunden ist mein commander schon wieder geheilt das heißt ich werde ich dann ernst sein doch eigentlich bei dir ich bin ich gerade nicht aber bei mir er kriegt die kriegen zusammen keinen einzigen stellen weil sie einfach zu schlecht sind um irgendeiner weise irgendwas zu erreichen dass man die panzer in laser der spiel macht es ist das schlechteste was ich jemals von supercell gesehen hat jemals ich habe ja alle alle möglichen spiele von supercell durch alle aber das ist das schlechteste update was sie jemals gebracht haben jemals auf diesem ganzen planeten sonst muss mir im sneaky ninja noch mal ganz kurz dahinten hier eine hütte holen so zwei hütten zwei sterne ja ich habe jetzt die erste tru ich habe jetzt fünf sterne mit zwei matches gemacht ja du hast ja die fünf tue fünf sterne schon voll gehabt ja toll aber ich komme nicht mehr voran weil dieses also sorry aber so besser ihr habt so viel erfahrung er hat so viel erfahrung und ihr macht immer noch so fatale fehler wie geht das bitte supercell kann ich euer ernst sein wer hat nach diesem update gefragt wer so stand wow das gibt es nicht das gibt es gibt es nicht die laser das gibt es nicht bitte renn einfach jetzt an dem vorbei und renn einfach zu der hütte tun mir den gefallen renn einfach zu der hütte hole diese eine hütte mehr will ich gar nicht von dir ich erwarte gar nicht mehr von dir so und jetzt schrieb die erste drei drei kisten einen stern wenigstens geholt hast es ich hasse es so sehr ich hasse dieses noch mal noch mal noch mal mehr overpowered im mix reinkommen wirst du regst dich hier mehr drüber auf als ja es ist es ist so unfassbar ernst bei epic games kann dass wir erwarten aber bei super safe es ist nicht euer ernst ja das ist dann ernst ja das super zu besser hat so viel erfahrung so unfassbar epic games auch ja was denkst du dann hast du gekämpft im vortrag haben die schon so es ist nicht euer ernst oder weiß was der gemacht hat weiß was diese weiß dass dieses spielkart gemacht hat es hat mir diese ja es hat mir schon diese prozent angezeigt damit gewonnen und dann habe ich trotzdem verlangen bei so einem sneaky tipp rauskommen warum zeigt er mir dann an dass ich gewonnen habe warum ich denke mal vor ich hätte jetzt noch nie oder sowas gab das selbst was hätten gemacht was ist das wie passiert in letzter zeit was das ich habe mir zwei sterne gewollt toll ach den keks jetzt muss ich tatsächlich ich muss echt über zwei sterne wieso gehst du näher dran was ist das doch mein gott ich habe das heute schon nicht mehr in gold wenn ich bin ich so langsam bin hast du schon die tote trocken nein noch nicht ganz wie noch nicht ganz nein das heißt das ist so fast nicht dein ernst oder was die fast voll ja war doch panzer es ist unfassbar diese hast du wieder oben entlang nervt mich heute und nein bitte nicht das angreifen bitte nicht das angreifen nein wo er es geschafft nein wo läufst du das ist nicht sein ernst er ist einfach wieder zurückgelaufen willst du mich veräppeln wie schlecht fahrt das hast du dieses update so dieses update ist so zum kotzen oder hat ein tesla tower magst du dieses update ich finde es okay dieses update ist der letzte rotz ich finde das update okay wie geht das wie kann man dieses update okay finden der nervigste kack ich meine keine taktik mehr aus ausüben kann doch da kann man da kann man erst recht taktiken ausüben ja wenn mit soviel truppen mein gott ich kriege jetzt aber wenigstens neu jemand ich habe jetzt meine dritte truhe offen du hast jetzt auch schon eine tote offen nein schau dir meine truppen an schau dir meine truppen an ich kann gar nix machen schau dir meine truppen an sneaky ninja panzer wieso was willst du denn so sneaky ninja das ist doch nicht das nikki ninja was du da hast ach so ja das soll klappen ja ich mache das die ganze ich mache das im endeffekt nicht als ich benutze den laser und panzer das wäre schön habe ich aber nicht das update leute also weg ich schreibe in die kommentare ob ihr das update toll findet also das update ist das schlechteste was jemals gemacht haben ich habe jetzt meine zweite box zusammen ich auch gerade so jetzt erst ja jetzt erst es kotzt mich einfach nur an dieses update wenn sie das nicht bewerten können sie direkt wie epic games einpacken so den schicke ich nach hinten und ich lasse es meinen panzer vorfahren der panzer soll erst mal alles machen also das spiel macht momentan auch mega bock wenn du nur kacktruppen bekommst wo du dir denkst jungen epic games jetzt was was ist das baller den nummer weg bitte baller was nein das ist nicht dein ernst wie soll ich das denn jetzt noch schaffen indem du das neue update magst es ist nicht zu glauben ich habe diesmal kein kein einziges doch ich finde es okay weil man jetzt nicht mehr das gleiche machen kann und weil ich jetzt in der verteidigung plötzlich auch sterne oder was mir vorher ja weil das doch nicht weil du ein vorher habe ich in der verteidigung gar nichts mehr geholt ja aber warum hast du nichts mehr in der verteidigung weil deine verteidigung schlecht war ich muss einfach so oder hattest du auch keine neuen truppen gehabt ja trotzdem nein nichts trotzdem das hat damit nichts zu tun wenn die vorher gerascht sind mit keine ahnung wie vielen armeen ist du keine chance gehabt ich habe macht diesen scha- macht das ding platt also das kann nicht sein schießt doch wenigstens einmal ey das ist einfach nicht zu glauben dieser panzer ist so machen wir eben machen wir es eben mal so rum jetzt hier nein ich mache es wieder mit dem sneaky ninja der sneaky ninja ist einfach ein geiles teil fertig oh mein gott das ist jetzt nicht wahr das ist jetzt wirklich nicht wahr wo schießt du denn wenigstens schon mal die eine hütte sollte wenn da unten nicht nur alte jetzt der tesla tower macht mich jetzt da unten oder was ich raste ohne schaue zu besser an euch ich verstehe nicht wie ihr genau dieselben fehler machen können ja ich hatte 2015 mit weise 2013 oder 2012 sogar hattet ihr die erfolgreichsten spiele auf dem markt die erfolgreichsten spiele kein mensch kam an euch ran und jetzt so ein update herauszubringen erwarte ich von leuten die nicht mal ein jahr auf dem markt sind es ist nicht euer ernst irgendwas wenn sie sich beigedacht haben ja wie gesagt doch dass das nicht mehr das gleiche gemacht werden kann man war toll dass nicht mehr das gleiche machen ist aber ständig nur truppen wo man zwei plätze für ausgehen muss man hat nur sechs macht zehn plätze draus dann können wir darüber reden das ist allerdings dieses game also das nervt einfach nur wirklich das nervt du hast ich habe jetzt zweimal hintereinander pech gehabt jetzt holst du mich wahrscheinlich noch ein und das war jetzt natürlich würde ich wahrscheinlich ganz schlimm ne dann würde ich dann würde ich ein bisschen besser anschreiben der herr gleich hat mich eingeholt das geht gar nicht weder wünsche mir anschreiben und fragen was was das also was ihr euch dabei gedacht hat wenn ihr wenn sie mir keine 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 richtige antwort geben können frage ich dann was sollte das was sollte das was soll das da ist schon hoch es könnten unter umständen wenn ich jetzt einen sneaky ninja mit zum einsatz bringe oh mein gott und da muss aber jetzt schnell reagieren und einstern ich habe einen fehler gemacht ich habe einen fehler gemacht auch wieder mal hier sogar gold ich halte gold es ist einfach nur zum kotzen das ist einfach nur zum kotzen so ich brauche zehn sterne noch oder bis also elf sterne noch für die wie viel box hast du sagst schon offen immer noch nur zwei ich hatte am anfang 20 sterne gebraucht 20 um in die nächste um in gold zu steigen jetzt brauche ich elf und du bist wieder dumm du bin die oh mein gott die dumme ich lässt wieder voll und ganz grüßen vielen dank dann schießt du den mit einem glatt jagen wegen zu so zwei sterne werden sie ums ninja der rennt jetzt wieder voll drauf oder dumm so mein gott nein die idee die angriffskarten nein du hast doch richtig geile karten was soll denn da vorne einfach davon sechs mal reinpacken stimmend was hast du noch sein glück fünf mal reinpacken sechs mal reinpacken plus rage könnte funktionieren so habe ich die letzten 80 punkte geholt zu dem zeitpunkt hatte ich mein glück da kann der kannte mein wortschatz noch das wort glück und damit habe ich wieder verloren ja man das macht einfach nur spaß also wenn man wenn man geil zocken will dann lohnt es sich einfach dieses spiel wird dieses update es nervt auch nur einsteigen gleich mit der taktik ich habe ja noch ein nein ich habe einen zu wenig du weißt ja so was er ist ja mega mega kannst du mir bitte erzählen wie sie schlechter wurden das denkt das ist vielleicht deine persönliche meinung aber vielleicht sehen das andere komplett anders das ist ja dass du dich mit einer eigenen guck mal was du gemacht wenn du wenn die damit spielen müssten womit ich spielen müsste dann würde würde jeder kotzen mit diesen truppen die spiel ist ein krampf ich will tun lassen jetzt gehört für drei nö ich hab jetzt die andere drohen noch nicht aufbekommen ja bin ich mir sicher diese die schon gar weil du behindert bist kopf und es ist abschließen ich verliere gut der glückstricker bei headquarter auf entspannt auf fünf dann kriege ich noch mal eine schöne gold reinkommen ich noch schön in gold rein nix davon wird eintreffen vielen dank zu bestellen an der stelle vielen dank krischen mega hart es ist in ein stern noch zwei sterne habe ich geholt zwei nur noch wo fährst du hin banzer wo fährst du hin wo fährst du hin erklär mir erklär mir einmal wo fährst du hin was bist du für ein absoluter vollidiot er dreht fünfmal die runden ja ich bin dumm wie kann man dieses update so verkacken ich verstehe gerade hier auch nicht so wirklich warum das jetzt hier trifft ihn dann nicht mal so heißt mit etwas glück könnte ich es schaffen dass das teil ganz nach hinten durchläuft eventuell mit glück komm lauf einfach ganz nach hinten durch nein greif ihn nicht an bitte nicht den greifen bitte nicht es ist es ist so traurig der ist mega er ist einfach nur mega aber der rest ist so was machst du nur noch sneak in angels oder das ist so traurig aber da war für den menschen grund und ich krieg nur noch gold abgezogen es könnte ausrasten merkt man gerade das ist ja noch ein gold bitte 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 weil er wenigstens das ding das war nicht gut gelaufen gottes willen ich glaube das wird diesmal nicht mal ein stern werden oh nein nein unfassbar dämlich also leute ich meine den sneaky ninja ja also eine der sich anschleicht der soll ja eigentlich die hütten kaputt meine aber was aber was macht mein sneaky ninja der denkt sich oh alter ich gehe mitten drauf was denn ja was denn was denn ich habe meine ja jetzt ist er glücklich ja ich bin ja glücklich trümmer jetzt hier nur ein stellen holen dann kriege ich aber nicht an sich jetzt noch den schönen menschen draufschmeißen bitte mach es einfach gehe einfach darunter mach einfach diese eine hütte kaputt dann hast du deine schuldigkeit getan ich habe jetzt den einen das eine dinge holt das wenigstens schon mal die truhe aufmachen kann also noch einen einzigen key und dann habe ich es für heute geschafft ich bin echt teilweise froh dass ich den sneaky ninja habe sonst würde ich manchmal überhaupt keine hüttes kommt da ist die bombe oh mein gott war es ein glück dass sie da ist die bombe ich bin gold okay okay ja du hast es geschafft und let's go ich bin ein bilder 1 geil nein ich bin nicht in gold ach so geil nein doch nicht bitte lauf jetzt nicht nach unten lauf einfach zu dieser einen gottverdammten hütte und macht diese eine hütte down und dann bin ich glücklich dann habe ich es zwei sterne geholt ja und er checkt ja doch er checkt so das ist gut so wenigstens das schon mal zwei sterne mega 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 auf geht's weiter ich weiß es verlieren aber ich möchte einfach ein bisschen gold versuchen zu bekommen hä? what is that? oh mein gott ich habe ja und ich habe ja noch den sneaky ninja also insofern wenn wenn die das verkacken dann habe ich immer noch den sneaky ninja das ist so viel laser mit dem die mit diesen kleinen freunde ich dann meine thruhen morgen volks bekommen ich bin wenigstens gut und dann dreht wieder sein unten und jetzt oh mein gott viel zu viel oh mein gott viel zu viel oh mein gott wohl auf die lagen schieß doch auf diesen turn sensationell sensationell schlecht aber wirklich also wirklich das ist 1001 drauf teilweise wirklich macht jetzt mal doch wieder so ich mache das jetzt wieder anders ich mache das jetzt wieder ach man doch ich mache es mit zwei lasern und mit heilen ich glaube ein heilen habe ich ja gar nicht hier gerade ich habe ich kann ja eigentlich nur das eine machen das problem ist diese fallschirmspringer sind ja schon geil aber die machen so wenig ich habe ja mein geilo ich habe ja den wieder guck mal ich sehe nichts guck mal was ich wieder oh der commande ist nicht ich habe den commande ist gut ja wenigstens mal für einen runden am schützen commande geil das ist geil alle gleichen alles fast down ne also wenn wir den commande spielen bitte ballere jetzt einfach diese kanone weg das ist nicht normal ich muss jetzt da hinten hat er auch noch einen mit glück macht er das jetzt aber einfach und holt sich einfach die eine hütte da oben fertig das wäre bitte bitte alter ist das nicht in der schnell ich habe jetzt zwar ja ich habe jetzt die letzte box geöffnet aus jetzt abgleich noch mein headquarter dein headquarter ich bin jetzt gespannt ob ich das ich kann es noch nicht machen mir fehlen immer noch auch mal 1831 das ist so wichtig dass man die truppen und die airdrops stellen wir von sieben truppen ja leute wenn es euch trotzdem trotz des rages trotz des rages von herren sofort wenn es euch trotzdem gefallen hat dann ist die silber eins ja du ja ich bin hast du wieviel tofäen hast du auch du bist ja noch bei 80 was ja what wir haben 111 114 unterschied what 114 holst du mich da ein das ist die frage werden wir jetzt jede folge so wenn es euch trotzdem gefallen hat dass man mit dem daumen nach oben da schreibt was die kommentare aboniert den kanal und schaltet ach so bitte 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 joint unserem team damit wir endlich auch mal die anderen dieses team domination mal ausprobieren können macht's gut bis dann dankeschön fürs zuschauen und tschüss kommentare wo wo Vielen Dank.